Ich bin draußen, weil schönes Wetter ist, also hier ist nicht so romantisch, so ein bisschen, ja, mal woanders mal draußen sein, weil es schön warm ist und nicht nur ein guter Film. Also ich rede heute über Need for Speed Payback und Need for Speed Payback wurde seit dem 2. Juni angekündigt, den ersten Teaser-Trailer und der war, also ich war sehr beeindruckt, den ersten Teaser-Trailer. Und dann an dem 12. Juni kommt die E3-Play und da war Need for Speed Payback definitiv auch dabei in Los Angeles. Da war FIFA 18 bei, Star Wars Battlefront 2, puh, ich habe auch schon FIFA 18 gesagt, ja, was noch, The Crew 2 wird auch kommen in 2018, aber wir reden jetzt über Need for Speed Payback. Also Need for Speed Payback hat auch, also von Ghost Games haben auch den Gameplay-Trailer auch vorgestellt und da war ich auch sehr beeindruckt, da war sehr, sehr heiß. Ich werde den Trailer auch hinterher auch hinschneiden, dass ihr Ende von meinem Interview den Gameplay-Trailer seht von Need for Speed Payback. Und, ja, also das war so gewesen, der Fahrer musste einen Truck verfolgen und den Versuchen einen heißen Kühlseck Regera zu klauen. Und die Frau musste während der Fahrt aussteigen und versuchen, also der Aussteigen, auf die Haube gehen, während der Fahrt, das ist ganz schön heftig. Und dann kommt noch ausgerechnet noch Gegenverkehr und der Fahrer sagt, Jump! Dann springen sie auf den LKWs und das ähnlich auch wie an Fast Ended Furious 7. Und dann musste ich in den Dachluke einsteigen und dann, wunderbar, wie heißt der Fahrer, scheiße, vergessen, Mist! Ja, da sagt er, Jazz, Jazz, Jazz! Und auf einmal kommt der Kühlseck Regera aus dem LKW rausgeschossen und dann, Pssst, Abflug. Ja, ich bin auf Need for Speed Payback sehr angespannt und, ja, und jetzt wird ihr Need for Speed Payback jetzt, Need for Speed Payback Gameplay-Fell jetzt sehen. Und hier ist der Gameplay und ciao! Wir sehen, in 2.7 Sekunden, wir intercept, dann grab the cargo. Es wird ein Teil von einem Kahn-Voy. Was denken Sie? Quick, hit und run. Get mich nahe zu der Truck und ich werde dir die resten. Get mich nahe zu der Truck bevor es auf die Tunnel geht. Die Haus wird uns nicht mehr nahe der Truck. Wir müssen die Fahrer aus den Karten. Get riden von diesen Leute. That's what I'm talking about. Let's get that truck. Look out! Shit! Damn it! What the hell? This guy's out of his mind. There's something much bigger going on here. What's the play? Forget the tunnel. We get him before he reaches the city. Guys, more house cars headed your way. These guys are tougher. Freaking tanks is what they are. They're going down either way. Take him out, Ty. Guys, Cindy's coming up fast. Jess, I've got a really bad idea. Mac? Ladder on the side. You can get up on his right. It's now or never, Jess. It's now or never, Jess. Do it. Keep it steady. Jess! 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 You got this? Jess! Jess! I got this. Woo! That's what I'm talking about. Good job, team. Let's take this baby home. Let's see what she can do. Okay, boys. Let's even the odds.